Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier natürlich gar nichts, weil ich einen Mund-Nasen-Schutz trage, weil ich ein vorbildlicher Bürger für unsere Gesellschaft bin. Und ihr seht hier natürlich der LensTV und weg mit dem Lappen. Ja, ich wollte eigentlich ein Video eben über die neuen Spieler machen, über die getätigten Transfers bis jetzt, weil ja doch da das eine oder andere Gute passiert ist. Aber da ist jetzt eine kleine, aber nicht unbedeutende Meldung dazwischen gekommen vom SK Sturm. Ja, nämlich, dass es gewisse Vorgaben jetzt gibt für den Stadionbesuch. Also, ich glaube, das Beste ist, um wirklich nichts dazu vergessen, damit wir alle schön zwischen den Zeilen lesen können, dass ich euch die Passage bei Sturm.at, vom SK Sturm.at mal ganz kurz vorlese. Also, die Behörde und das Covid-19-Präventionskonzept der österreichischen Bundesliga zwingen den SK Sturm zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die auch bereits beim Unica-ÖVP-Cup-Auftakt in der Merkur-Arena Anwendung finden. So bauen die Grazer aus gesetzlichen Gründen, wie auch alle anderen Bundesliga-Clubs, bei der Vergabe von Sitzplätzen auf ein Schachbrett-Muster. Aha! Zum heutigen Zeitpunkt haben alle Abo-Besitzer sowohl beim Cup-Spiel als auch beim Meisterschaftsspielen Zugang zum Stadion. Ob auch Tageskarten erhältlich sein werden, kann zum derzeitigen Stand nicht garantiert werden. So weit, so gut. Der Zutritt und Aufenthalt im Stadion ist nur mit Mund-Nasen-Masten gestattet. Ausgenommen davon sind im Vorfeld zugewiesene Sitzplätze. Aufgrund der geänderten Zugangskontrollen sind keine Behältnisse größer als das A4-Format, wie etwa größere Taschen und Rucksäcke erlaubt. Zusätzlich ist für den Besuch von Spielen der Kampfmannschaft, der SK Sturm Graz Amateure und auch der SK Sturm Damen eine Registrierung per ID-Check notwendig. Aha! Es wird schon wärmer. Nur damit kann gewährleistet werden, dass im Falle einer Covid-19-Erkrankung die Daten korrekt an die Gesundheitsbehörde weitergegeben werden und die Infektionskette rückverfolgt werden kann. Alle Informationen zu ID-Check, bla bla bla. Was haben wir noch? Ersatzabo für Abonnenten und kostenloses Cup-Ticket. Abonnenten benötigen für den Spielbesuch ein Ersatzabo, welches bla 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 abholbar ist. Ja, genau. Sturm ist es aus den oben genannten Gründen leider nicht möglich, jeden Abo-Platz zu vergeben, wie er ursprünglich gebucht wurde. Selbstverständlich bemühen Sie die Schwarz-Weißen aber die Abonnenten so nah wie möglich an ihrem Stammplatz sitzen, damit die Abonnenten so nah wie möglich an ihrem Stammplatz sitzen. Hierbei gilt das First-Come-First-Surf-Prinzip. Im Zuge der Abo-Tauschaktion haben alle Dauerkartenbesitzer auch die exklusive Möglichkeit, ein Ticket für das Unica-ÖVP-Cup-Auftaktspiel in der Merkur-Arena zu erhalten. Dieses findet am 28. August gegen den Espo Innsbruck statt. Ja, ja, ja. Um lange Wartezeiten zum Meisterschaftsauftakt zu vermeiden, ersucht der Esco Sturm schon im Vorhinein einen Sturm-Shop zu besuchen. Die Registrierung per ID-Check ist vorab online und direkt in den Shops möglich. Aus organisatorischen Gründen bitten die Schwarz-Weißen außerdem darum, früh genug zum Stadion zu kommen, um längere Einlaufzeiten aufgrund der Personalisierung und Registrierung zu umgehen. Die Entregistrierung am Spieltag ist ab zwei Stunden vor Ampfiff möglich. So, dann gut, die Sturm-Amateure bzw. Sturm-Damen, wie auch bei Spielen der Kampfmannschaft, ist ein Matchbesuch nur nach einer Registrierung bei ID-Check und dem Vorweisen eines amtlichen Lichtbildausweises erlaubt. Wir merken, in welche Richtung das geht. Der Esco Sturm empfiehlt für diese Zwecke bereits jetzt die ID-Check-App herunterzuladen. Für gewisse Bereiche gilt zudem Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Yeah! Übrigens, das Gerücht, ich weiß nicht, ob es noch ein Gerücht ist, dass ja Alkohol auch bald verboten wird. Nur mal ganz als Ansatz dazu für euch. Für gewisse Bereiche gilt zudem Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Bei Spielen im Trainingszentrum Messendorf sind maximal 500 Personen erlaubt. Der Esco Sturm möchte sich schon im Vorhinein für ihr Verständnis und in dieser absoluten Ausnahmesituation bedanken und hofft schon bald wieder, als gesamte Sturmfamilie vereint im Stadion die Mannschaft unterstützen zu können. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden, was die weiteren Entwicklungen betrifft. So, also, dann gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund. Und also, man darf nicht mehr, auch wenn es jetzt erstmal nur die Abonnenten sind, weil bei Tageskarten weiß man ja noch nicht, was da passiert. Also erstmal, Aufenthalt nur so im Schachbrettmuster, wird sehr lustig werden. Und dann eben nur mehr mit Registrierung, also mit ID-Personalausweis, was denn alles so dazugehört. Ja, und da sage ich persönlich, stopp, was ist los mit euch? Denkt mal nach, ganz ehrlich, dass der Stadionbesuch zumindest am Anfang nicht mehr so sein würde wie früher. Okay, geschenkt. Aber, in welche Richtung geht das Ganze? Überwachung, damit dein Kollege eben ausgeforscht werden kann, beziehungsweise, ja, wenn es eben in deinem Umfeld einen Covid-19-Fall gegeben hat. Und wir wissen ja, wie extrem gefährlich dieses Virus auch ist, weil wir ja auch ein Massensterben erlebt haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber ich schweife ab. Ja, damit auch der auf den Genuss seiner, oder in den Genuss seiner Quarantäne kommen kann. Also, und jetzt frage ich euch, ganz ehrlich, ihr merkt, ich bin da, ich bin sauer. Ich bin auf 180. Ich habe mich schon zehnmal probiert zu beruhigen. Da hilft doch keine Meditation mehr, ganz ehrlich. Ja, das geht so nicht. Also, schon klar, die Bundesliga gibt das Konzept vor. Aber dann sage ich, lieber SK Sturm, bitte benutzt doch eure Birne. Benutzt das Ding. Schaltet es einfach mal ein. Dann beschwert euch dort. Nehmt es nicht einfach hin. Ganz ehrlich, weil die Sturmfans haben sich das nicht verdient. Und man gibt Hunderte, was heißt Hunderte, Tausende Euro mehr oder weniger im Jahr aus. Also jetzt für die ganz, für den ganz harten Kern. Damit man auswärts mit dabei ist. Damit man zu den Heim spielen kann. Okay, das ist ja alles nicht umsonst. Und dann, im Endeffekt, klar, stellt sich Sturm jetzt beinhart hin. Und ist noch glücklich darüber, mit dieser ID-Check-Firma, da jetzt diesen Kompromiss gefunden zu haben. Damit eben die Daten direkt an die Gesundheitsbehörde schön weitergeleitet werden. Was geht es die Gesundheitsbehörde an? Ob ich ins Stadion gehe oder mit wem? Oder wer da in meinem Umfeld ist? Ich sage es euch. Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß, da gibt es jetzt einige, die werden sagen, ach was, es ist Vorgabe, wir können eh nichts machen. Doch, wir gehen nicht ins Stadion. Ich für meinen Teil gehe nicht ins Stadion, solange es diese komischen Voraussetzungen gibt. Denn ganz ehrlich, das wäre ja nur der Startschuss. Damit wird natürlich geschaut, okay, was machen die Leute mit? Weil, was wäre, wenn du auch jetzt nur mehr mit einem Antikörpertest, den du vorlegen musst, ins Stadion kommst? Das wäre so die nächste Sache. Oder eben die viel gepriesene Corona-App. Denn, ja, nicht vergessen, meine Freunde, es ist immer nur zu unserer Sicherheit und, ja, persönliche Freiheit oder Privatsphäre, das ist ein Luxus, den sich einfach nicht alle leisten können und sollten. Also, da müssen wir schon wirklich eben auf die Vernunft appellieren. Oder, spielen wir das Szenario noch ein bisschen weiter, was wäre denn, wenn wir endlich, endlich, endlich die göttliche Impfung bekommen und die Impfpflicht natürlich dazu und uns alle schön die Nadel in den Arm jagen und dann dürfen wir ins Stadion gehen. Und wer das nicht macht, ach, der ist ein Gefährder und, ja, deswegen, nein, deswegen darf er da nicht ins Stadion. Weil, wir sind ja in einer Demokratie, wir leben ja in einer Demokratie und, ja, deswegen gibt es da natürlich immer nur eine Meinung. Also, Freunde, ganz ehrlich, ich bin richtig sauer, ich bin richtig enttäuscht vom kompletten Verein, von der Spitze bis zur Sohle, egal. Ich weiß, viele können da nichts dafür, Vorgaben, bla, 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 aber ganz ehrlich, man kann die Eier haben und den Mund aufmachen und das jetzt nicht so unterschwellig dann unter die Leute bringen. Vielen ist es egal, ist schon klar, die würden wahrscheinlich auch wirklich mit dem Impfpass davor legen, nein, ich bin nicht Covid-19 gefährdet, weil ich habe die Impfung bekommen. Schön, macht, wie ihr wollt. Ich schreibe keinem vor, was er zu tun hat. Ich persönlich sage, für meinen Teil Sturm bekommt, solange man in diesem, solange man so dermaßen regierungskonform handelt und nicht Rücksicht auf die eigenen Fans, die den Verein jahrzehntelang unterstützt haben, Rücksicht nimmt und auf diese Bedürfnisse oder deren Bedürfnisse eingeht, solange sieht der Esker Sturm keinen Cent mehr von mir. Ich habe ehrlich gesagt vorgehabt, das Abo zu kaufen, vor dieser Nachricht eben. Jetzt ist es definitiv vom Tisch, weil so geht das einfach nicht. Man hätte Kompromisse gemacht, die Leute hätten ja ins Stadion gehen können, meinetwegen den blöden Abstand, der macht ja auch so viel Sinn, den einhalten können. Okay, hätte man sich bis zum gewissen Grad darauf einlassen können, aber so, frist oder stirbt? Nett mit mir. Also Leute, bitte denkt einfach mal drüber nach. Ja, wenn ihr es nicht versteht, weil Corona ist ja so gefährlich, dann informiert euch doch einfach, aber nicht beim ORF und in der Kronenzeitung. Freunde, denkt mal ein paar Jahre zurück, was die schon für Schwachsinn verzapft haben. Denkt einfach mal nach. Denkt denken. Einfach mal überlegen und ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann stimmt das natürlich alles, weil da sind so extrem sorgfältig arbeitete Journalisten. Da kann es doch keine Fehler geben, oder? Also, so, ich glaube, das Video war jetzt lang genug. Denkt einfach mal nach. Und noch was. Ich erwarte mir da eigentlich auch von den Fanclubs eine Stellung. Ich bin da wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass was kommt. Ich bin gespannt, ob sie die Eier haben. Ich hoffe es. Ich wünsche es mir, weil das betrifft die komplette Sturmfamilie. Und wenn es eine Sturmfamilie gibt, ja, dann ist sie jetzt aber gefordert, meine Freunde. Einfach mal, um auch zu sagen, nein, so geht es nicht. Nicht vergessen. Wir sind die Mehrheit. Wenn keiner mehr ins Stadion geht, ja, dann sieht es aber auch ein bisschen düster aus. Für alle Clubs in Österreich im Allgemeinen. Also, Freunde, überlegt euch, was ihr wollt. Wollt ihr in einem Überwachungs- Registrierungsstaat wohnen? In einem Polizeistaat? Man kann ja auch sein, wenn da einer, was weiß ich, dann ins Stadion so rein will und sagt, nein, ich brauche diesen Schwachsinn nicht, ja, dann wird er wahrscheinlich von der Polizei gleich mitgenommen. Oder bekommt zumindest Besuch dann zu Hause. Also, und ich brauche das alles nicht. Bei aller Liebe zu Sturm, und ihr wisst, Sturm liegt mir mehr als am Herzen. Also da, aber da ist bei mir aus. Also da sage ich wirklich, wenn Sturm sich nicht zusammenreißt und da nicht an einer Fan-orientierten Lösung arbeitet, ja, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Also, von dem her, war es das dann für dieses Mal wieder von mir. Denkt bitte nach, informiert euch. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Kaspers da noch reinschreiben, ja, 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 bla, wenn man sich nicht auskennt, ja, es kennt sich anscheinend keiner aus. Und warum? Weil keiner sich was anguckt. Bitte. Ne? Also, von dem her, euer Elias, und bis dann. Ciao, ciao.